Ich war auch heute morgen schon etwas geschockt. Ich habe mich heute morgen im Bett nochmal für eine Arbeitskollegin herum gedreht, fand ich weiß, dass sie heute einen harten Tag hat. Und, naja, eigentlich wollte ich ja noch ein bisschen liegen bleiben. Mach weiter, aber dann habe ich irgendwann meinen Kater gehört. Ja, der wollte wohl raus. Dann bin ich aufgestanden. Ja, okay, die Bäume und Drassen sahen schon etwas krall aus, aber... immerhin war Sonnenschein. Ich fand das Wetter aber eigentlich schön. Ich dachte mir schon sogar, wow, der perfekte Drittel eigentlich. Ja, und dann bin ich aufgestanden und bin ich zum Fenster gegangen und meinen Kater rausgelassen. Und dann habe ich es gesehen. Frost. Und 10 Uhr morgens, auf unserem Dach, da wo knallhart die Sonne drauf scheint. Und da zog sich so ein frösteliger Nebel davor weg. Und dann hab ich es gesehen und... Brrrr... Mir kann sowas passieren? Man... Nein... Naja, also... Ich denke, die Message ist klar. Der Winter kommt. Dam dam dam. Ja... Das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ich werde jetzt mal gucken, ich habe heute freien Tag. Jetzt werde ich mal gucken, aber heute will ich noch das eine oder andere Video machen. Hoffentlich wird es was. Tschüss! Macht's gut! Das war doch eigentlich immer noch. Ich habe das noch eine Rei. Das war's. Ich bin im Liste, weil ich jetzt noch die Beste habe. Ich habe es nicht gemacht, weil denn ich in die Beste habe. Sie haben nicht eine gute Zeit. Ich werde mich, die Beste vermutigieren. Was ich? Nein, ich werde etwas Angst. Untertitelung des ZDF, 2020